Ihr wisst es vielleicht, eine ganz große Liebe ist zu Ende gegangen. Dieter Bohr und Estefania haben sich nach all den Monaten getrennt. Mirja und Max, ihr schreitet euch jetzt als Dieter und Estefania um Hausrat und Unterhalt. Obwohl so einfach ist es auch nicht, denn es geht hier ums A bis Z spielen. Also man muss das Alphabet kennen. Der erste Satz beginnt mit A und der zweite mit B. Es geht immer hin und her, bis ihr beim Z angelangt seid und Frau Bössi legen los, aber töten sie nicht. Also Dieter, ich nehme mir Mercedes. Boy, nee, oder? Chantal, Christine, weißt du, mit allen hast du mich betrogen. Und jetzt? Du kannst das Baby haben und ich behalte den Rest. Ja klar. Ey, weißt du was? Nee. Findest du mich noch attraktiv? Gut ausgesehen hast du ja eigentlich nie, ne? Hör mal, aber mein Lachen hat dir doch immer gefallen. Klar, ich hatte dich eigentlich wegen der Kohle genommen. Jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, dass ich mich bei dir entschuldige. Kannst du bitte damit aufhören? Lass mal, ich muss mich jetzt konzentrieren. Mensch, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ich bin wack. Nee, hör mal, du bist hier bei mir und du bleibst auch bei mir. Ach, aber nicht mehr lange. Pack deine Sachen wieder aus und mach dich ab in die Küche. Es quatscht nicht so in Müll. Waren wir schon bei Kuh? Ja. Raus, ich will dich hier nicht mehr sehen. Super. Tu das mal nicht vergessen hier. Und was ist mit meinen ganzen anderen Sachen? Fuck, schreibt man mit F, ist aber egal. Weißt du was? Du bist ne Wurst. Zum Teufel, ich geh zu RTL. Das war schon genau richtig. Du hast ihnen das Z erlassen, das war aber Absicht. Ja. Das war das Waldorf-Alphabet. Ja, ich denke.